Moin Moin und hier der erste Live-Drill und wohnen natürlich vor den Seequick-Bohnen. Wir befinden uns wieder am Ostufer. Oh, das war schon mal etwas schöneres. Ja, sehr schön. Schaut euch das an hier. Eine sehr schöne. Und Kampfsteig. So wie wir das bei uns gewohnt sind, an allen unseren Seen. Jo, Pedri. Dankeschön. Jungs